So. Exorzistin möchte kämpfen. Die haben auch irgendwie bloß Nebulak, das ist ganz gut. Muss mich hier nicht mit elendig vielen Pokémon rumärgern. Oh, entwickelst du dich jetzt bitte? Achso, noch eins, okay. Kein Ding, kriegen wir auch keinen. Yeah, jetzt tötet es endlich, ja. Es ist tot. Entwickelst du dich jetzt bitte? Was ist passiert? Hey, Techeb entwickelt sich, ja. Endlich. Techeb wurde zu Totok. Sehr gut. Das wird uns sehr viel helfen. Die nächste ist Bibi. Aber da weiß ich nicht auf welchem Level sie sich entwickelt. Das weiß ich jetzt nicht. Buh, 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 lass mich in Ruhe. Nebulak? Natürlich. Was auch sagt's? Achso, na, das ist natürlich blöd. Keine Wirkung. Keine Wirkung, keine Wirkung, alles keine Wirkung. Blöd. Das vielleicht. Dann können wir ja nichts machen. Eigentlich. Vielleicht kannst du ja was einrichten. Anrichten. Oder? Du hast Donnerwetterblitz. Ah ja, das könnte was werden vielleicht. Ja. Wir probieren zwar mit dir. Du bist zwar ein bisschen niedrig vom Level her, aber es könnte trotzdem was werden. So, paradisiert schon mal. Das ist gut. Achso, das ist bloß. Okay. Das bringt ja viel. Aber so gut wie keine Attacken haben. Okay. Die schon. Ja. Du bist zwar ganz nett, aber ich glaube, du bist besser. Nein, du wirst mich nicht treffen. Ja. Wer, was, wo? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Aufwecker. KP Plus. KP Plus können wir doch auch gleich benutzen. Wir haben so viel davon. What the fuck. Können ja doch dir eins geben. Es steigt bloß um eins. Naja. Besser als nichts. Wir beschweren uns daher noch nicht drüber. Sich über Sachen beschweren ist eh nicht gesund, also von daher. Ein Geist. Nein. 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 Ah. Schlecker. Der Drogeriemarkt. Ja. Wohin ist der Geist gegangen? Wohin ist der Geist gegangen? Oh. Ich glaube, dass dieses Silph Scope würde, glaube ich, diese Kämpfe anders machen. Oder? Da könnte man bestimmt die Geister identifizieren. Aber so nicht. Ich kann doch eh bloß flüchten. Ich kann doch eh bloß flüchten. Es. Gibt. Kein. Entkommen. Doch. Gibt es. Mit dem Fluchtseil. Haha. Bibi, du kannst nichts machen. Ich tausche dich aus. Ich will nur, dass du ein bisschen EP bekommst. Wo ist überhaupt der EP-Teiler? Es gibt keinen EP-Teiler. Bisher, zumindest. In Pokémon Mond hatte ich ihn fast gleich zum Anfang bekommen. Ich bin paralysiert. Aber das bringt dir nichts. Boah. Das ist noch eine recht starke Attacke. Das muss ich sagen. Also. Jetzt greifst du bitte an. Na also. Suppi. Welch ein Albtraum. Ich schreibe mal einen Albtraum nicht mit B. Mir war so. Weil Alp. P. P. Nee. Das könnte... Ist ja kein Alpentraum. Kommt der nicht von den Alpen? Es ist ja nur ein Alp... Also Alp... Ach. Was auch immer. Ihr wisst doch, was ich meine. So. Hier sind noch so viele Trainer, Alter. Wie soll ich denn die alle besiegen? Ich geh nochmal zurück zum Poker Center. Hi. Hi. Uah. So. Hi. Ihr solltet mal eure Grabsteine ein bisschen anders hinstellen. Das sieht ganz schön unordentlich aus. Also. Das ist ja wie bei den Messie Wohnungen hier. Hier. Wo geht's hier raus? Hier. Hier. Hier geht's raus. Okay. tr 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 tr. So, wo ist das Poker Center? Hier. ich frage mich echt wo es dieses hilfs grob gibt vielleicht kriegt man das erst im turm ich weiß es auch nicht vielleicht kriegt man das irgendwo anders das wird einem ja nicht gesagt wäre vielleicht gut wenn es einem gesagt werden würde obwohl es auch nicht ne es ist schon okay so pokémon turm route 8 chris mania city saffronia city krass haben noch viel vor uns und ne tm haben wir auch was enthält sie donnerwitz wer kann es denn lernen maut sie du kannst es erlernen okay machst es halt so wir werden aber mal unsere items lagern item ablegen monstein beide das fossil von mir ist auch das war's ja 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 Vielen Dank.